Sie sind kontaktfreudig, sportlich und arbeiten gern im Team? Dann könnte das vielfältige Aufgabenspektrum der Schutzpolizei, der Kriminalpolizei und der Wasserschutzpolizei Hamburg eine echte Herausforderung für Sie sein. Polizeibeamtinnen und Beamte kommen dort zum Einsatz, wo es zwischenmenschliche Probleme gibt. Sie verhindern und verfolgen Straftaten, leisten Menschen Hilfe bei Gefahren, aber auch in Alltagssituationen. Bei der Hamburger Polizei erwarten Sie täglich spannende und abwechslungsreiche Aufgaben sowie vielfältige Spezialisierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Wir bieten eine zweieinhalbjährige Ausbildung sowie ein dreijähriges duales Bachelorstudium an und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Nähere Informationen zur Ausbildung und zum Studium finden Sie auf unserer Internetseite.